Meinst du, der Mann mit den Handschuhen hat Sir Rubens den Schuh womöglich mit Gewalt ausgezogen? Hier, Milot, sind die Aufnahmen des rechten Schuhs. Ja, danke. Haha, Parker. Hier wieder. Fast alle Fingerabdrücke des Unbekannten liegen über den Schmutzspritzern. Hier, hier. Da ist aber auch ein Spritzer über seinen Abdrücken. Ja, richtig. Woraus zu schließen wäre, dass er mit einem Taxi zur Parklane gekommen ist. In Sir Rubens Schuhen. Und nur so viel herumgelaufen ist, dass er von einer Pfütze einen Spritzer abbekommen hat. So kann das natürlich sein. Wir schauen uns doch Bantas dritte Serie an. Hier. Das sind wohl die Abdrücke hinten an der Badewanne. Wieder Gummihandschuhe. Ganz eindeutig. Ja, vergleichen wir doch mal. Dies ist ein Daumenabdruck von Milligan. Und der hier von seinem rothaarigen Sekretär. Beide Abdrücke von meiner Visitenkarte übrigens. Die habe ich wieder verschwinden lassen, als Milligan sich freundlicherweise einmal umdrehte. Würdest du nun sagen, dass einer der beiden dem Mann gehören könnte, der die Handschuhe getragen hat? Hmm, tier.